Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 25.10.2023 und die Bären haben im DAX weiter den Chill-Modus betrieben, hier schön mit Bambus in der Nase rumgebohrt und ganz gemütlich getan, dementsprechend hat sich unser DAX eher nach oben raus bewegt bekommen, wir hatten das auch glaube ich so in der gestrigen Analyse favorisiert, ich habe es jetzt nicht nochmal angehört, aber ich denke schon, dass wir gesagt haben, über 8.30 sollte der Markt wieder nach oben aufdrehen können, 67 vielleicht nochmal Schwung holen, aber so auch aus äußeren Grenzen, unten wäre 700 vielleicht auch eine Idee gewesen, hatte ich aber gesagt, dass ich das nicht so gerne hätte, eher dass es so aufdreht und sich gleich über 8.30 dann rüber schiebt, der hat sich viel Zeit gelassen, aber das ist manchmal auch ganz wichtig, dass er die Leute halt so ein bisschen von der Long-Seite weggelockt kriegt, weil was die Leute meistens nicht können, ist geduldig, in irgendwelchen Trades drinnen sitzen und das ist auch der Grund, warum es vielen immer so schwer fällt, Long zu handeln, weil es einfach länger dauert, ne, man muss halt einfach Sitz gleich mitbringen und dann einfach sagen, okay, entweder Stop-Loss oder nicht und das können viele nicht, ne, das mögen auch viele nicht, einfach den Stop-Loss da stehen zu lassen, wo man ursprünglich im Setup abgesetzt hat, dann fangen sie an rumzurühren, auf Einstand einzuziehen und dann werden sie am Ende des Monats gucken sie dann, was sie eigentlich gemacht hat und hatten super Einstieg immer wieder und haben die ganze Zeit immer noch alles auf Stop-Loss realisiert, das ist halt so eine, ne, ich würde nicht sagen Krankheit, aber das sind typische Anfängerfehler und auf sowas spielt der Markt halt in so einer Situation dann gerne an, das kann natürlich auch zum Mittwoch so weitergehen, ähm, wir haben jetzt hier eine 940, 960 direkt vor der Tür, das war das erste Ziel, was wir gestern gesagt hatten, ne, könnt ihr mir vorstellen, dass wir da direkt gleich drinnen eröffnen und dann auch erstmal wieder leicht zurückruhen da und leicht zeitwärts setzen, dass die Leute wieder total, äh, unsicher werden, ob denn da Long überhaupt noch die richtige Wahl ist, ähm, das kann sogar dazu führen, dass wir von 940, 960 dann nochmal zurückgehen auf eine 830, auf eine 850, ich sag mal, im Extrem wäre sogar eine 800 noch zu dulden, aber, mh, von 940 kommen würde ich die eigentlich nicht gerne sehen wollen, ähm, ich fände es okay, wenn er jetzt vom Start runterkommt und er drückt auf 800 zurück und dreht sich von dort dann wieder hoch, drückt weiter über 830, wieder über die 900 raus, macht 940, 960 zum Tagesschuss, klar, das wäre auch okay, das wäre legitim, aber was ich auf keinen Fall mehr sehen möchte für bullige Erholung, wäre ein Unterschreiten von 760 jetzt, das würde ich dann, würde ich schon erwarten, dass er dann Richtung 700 wieder geht und darunter eben auch Richtung 600 und tiefer, ja, also, dass er dann da unten weitere Tiefs macht und sich hier unten aus diesem Kreuzwiderstand, eben, oder aus dieser Kreuzunterstützung nach unten rausfallen lässt. Bleibt aber oben am Ball, wie gesagt, 940, 960, die nächste Station, darüber haben wir die 15050 rum, 5070, das ist so ein bisschen breitere Zone da oben, 1550 bis 1570 und die, ganz wichtig, 15100, na, die werden viele auch noch vor Augen haben, ist bestimmt auch der eine oder andere immer mal ein bisschen longgeködert worden, waren das hier 15100, leider hier, erinnert euch dran, na, es war Donnerstag letzte Woche, da hat er die ganze Zeit immer dran rumgestochert, da oben sollte er drüber für ein Longsignal, da hat es bestimmt genauso viele Long reingetriggert, wie hier auch am Freitag früh, ähm, als er da dieses Aufwärtsgep gebracht hatte und hoch, der hier auch von relativ vielen gehört, dass sie dann schon zu voreilig waren oder zu schnell reingesprungen sind, nicht noch gewartet haben, dass er eben von oben die 838 bestätigt und sind dort dann rein und rausgeschmissen worden, und ich glaube, das ist auch hier so ein Bereich und das sind dann immer und immer die Bereiche, wo es dann einfach länger dauert, wenn der Markt wieder hinkommt, deswegen würde ich dort genauer hingucken, insbesondere auch dann der Bereich um 15100, und der wird da drüber stoßen, dann aber erstmal wieder zurückkommen, na, und deswegen ist das auf jeden Fall eines meiner Hauptziele oben und das zweite, das erste jetzt kommende, ist eben diese 1449, 1469, ja, die sehe ich dann jetzt hier zum, was sagen wir jetzt, Mittwoch, ähm, wahrscheinlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir fast drinnen starten, dann halt, ne, das ist zu nah, als dass er das bestimmt verwehrt. Wie gesagt, unten raus habe ich gesagt, ne, 830, 850 als Rücklauf, das wäre okay, 800 noch zu dulden, drunter wird es kritischer, unter 67 ist eigentlich die Erholung schon wieder abgewirkt, ja, würde dann wieder, ähm, könnte dann nochmal probieren, Doppelboden zu stellen, aber ich würde schon eher mit, da es dann tieferes Hoch wäre, würde ich dann auch mit einem tieferen Tief erwarten, würde man dann quasi hier so ein drittes Kästchen wieder dran ziehen, dann könnte man dann sagen, okay, wenn der jetzt nach unten durchgaloppiert, dann macht er wieder 1 auf so, ja, und dann wird er wahrscheinlich hier unten in dem Bereich um 4,45 als nächstes einlaufen, aber wir warten erstmal ab. Ich bleibe dabei, ähm, für mich stehen die Karten hier eher auf Erholung, das haben wir gestern auch schon gesagt, ähm, wie gesagt, das muss so nicht kommen, aber solange der Markt jetzt in der Erholung bleibt, würde ich dahingehend eben auch meine Positionierung dann halt suchen. Ja, äh, ich denke, damit können wir es auch, ja, damit können wir das Video zumachen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Vielen Dank.